Jetzt machen wir eine Pizza, Tom-Heinzl-Erinnerungs-Pizza. Dann kommt drauf Soße aus Datteltomaten mit italienischen Gewürzen, dann etwas Parmesan, Basilikum, etwas Spinat. Die kommt dann auf den Grill, wird schön knusprig gegrillt und drauf wird ein gereiheirter Burrata gezupft. Und auf den Burrata geben wir dann ein paar schöne Tröpfchen Trüffelöl. Und das ist meine absolute Lieblingspizza. Sehr gut!